Am einfachsten funktioniert Schnellladen mit der Salzburger G Kundenkarte. Wir haben also hier mit der Ladekarte die RFID. Der Bildschirm gibt uns also die Möglichkeit darzustellen, welche Lademöglichkeiten wir haben. Wir hätten hier das Wechselstromladen und der Audi e-tron Sportback kann bis zu 150 kW hier über den CCS HPC. Wir wählen diesen an. Stecker anstecken und schon geht's los. Man sieht also hier, das Fahrzeug hat also jetzt einen Ladezustand von 26 Prozent. Der Schnelllader aktiviert sich. Es beginnt also Strom zu fließen. Wir haben hier die Information, dass also hier knapp 100 kW Ladeleistung anstehen bei 400 Volt. Schnelllader Schnelllader Schnelllader